Wir gehören seit August 2016 zur Firma Karl Götz, sind hier im Industriegebiet Kaufbeuern-Mauer-Stätten mit guter Anbindung an die B12. Unsere Ausstellung hat ungefähr eine Fläche von 800 Quadratmetern. Wir haben noch Außenhallen mit einer Fläche von ca. 700 Quadratmetern. Wir haben am Anfang 2016 hier mit sieben Mitarbeitern angefangen und sind momentan zwölf Mitarbeiter. Besonders stolz macht mich mein tolles Team und die Stammkunden, zu denen wir seit Jahren eine geschäftliche und persönliche gute Beziehung haben. Der Kunde wird bei uns von Anfang bis Ende mit hoher Fachkompetenz beraten und findet bei uns eine Vielzahl an Produkten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017